Herzlich Willkommen! Ich möchte gerne die Beratung handlesen, vorstellen und auch empfehlen. So viele Dinge kann man über die Hände erfahren. Nicht nur das, was kommt in die Zukunft, sondern auch was war in Vergangenheit, in Kindheit und in früheren Leben. Mit welchen Talenten, Fähigkeiten seid ihr geboren? Was liegt in den Händen und wie könnt ihr das umsetzen im Tat? Hand bedeutet auch Handlungen. Also ich biete Handlesen an. Dazu benötige ich zwei Bilder. Einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Falls ihr Linkshändler seid, dann schreibt es dazu, weil dann muss ich das anderes deuten. Ihr könnt es per E-Mail senden. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com oder über WhatsApp. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Mein Honorar beträgt für Handlesen 10 Euro. Und bis nächstes Mal, ojere Dendera Susanna Medici.